Der kyBoot ist der Schweizer Schuh mit weichelastischen Sohlen. Egal ob beim Wandern in den Alpen, beim Joggen auf dem Kiesweg, beim Spazieren in der Stadt oder beim Schaffen. Mit dem kyBoot macht Laufen so richtig Spass. Die Bewegung wird durch die instabile Sohlen ohne Aufwand in den Alltag integriert. Entwickelt hat der Luftsohlen-Schuh der Erfinder Karl Müller. Der Thugauer Unternehmen holt die Schuhindustrie zurück in die Schweiz. Das trotz enormer Preisdruck der billigen Anländer. Mit den konventionellen Schuhproduktionsmethoden wäre das absolut unmöglich. Wir haben uns entschieden, den Sohlenbereich Hightech mit Robotern herzustellen. Also ein völlig neuer Produktionsprozess. Und auf der anderen Seite alles, was obendrauf kommt, manufakturmässig, da ist sehr viel Handarbeit involviert. Die Sohlen wird also fast ausschliesslich von Robotern hergestellt. Die Hightech-Anlage ist bis jetzt weltweit einmalig. Wie auch die spezielle Luftsohlen, mit der man fast durch den Tag schweben kann. Bis Luftküssen alle Anforderungen erfüllt hat, haben Karl Müller und sein Geschäftspartner Markus Bartholet über Jahre hinweg getüftelt. Die grosse Herausforderung ist, dass der Kibut eine weich-elastische Sohle hat. Und diese weich-elastische Sohle muss man trotzdem irgendwie schützen mit einer Haut rundherum, die stark gegen Abrasion resistent ist und auch nicht wasserdurchlässig. Und das herzustellen, also die Beständigkeit zusammen mit diesen weich-elastischen Eigenschaften, das war die grösste Herausforderung. Mit der weich-elastischen Sohle wird der Kibut zum bequemsten Wellness-Schuh. Während die Sohle mit der neuesten Produktionstechnologie hergestellt wird, muss die restliche Arbeit vorhand gemacht werden. Vom Aufspannen auf den Leisten, das Aufrauen vom Material, Klebstoff auftragen, die Schuhbändel einfädeln, bis zum Finish und dem Verpacken ist alles Handarbeit. Bei den Spezialisten von Kibut sitzt jeder Handgriff. Die Fachkräfte, die hier im Schweizer Werk arbeiten, haben das Auge für Details und kennen die Eigenschaften der verwendeten Materialien bestens. So entsteht ein qualitativ hochstehender Schuh. Die Endmontage vom Kibut unterscheidet sich nicht wesentlich von allen anderen Qualitätsschuhen. Weges der unterschiedlichsten Mach-Arten der Modellpalette und der immer wieder wechselnden Mode, lohnt sich beim Finish vom Kibut ein automatisierter Arbeitsprozess nicht. Handarbeit ist unumgänglich. Ich würde mal sagen, das sind sicher Dutzende bis über Hunderte von Handgriffen, die hier in der Schweiz gemacht werden, um den Schuh fertigzustellen. Das Kibutwerk im St. Galler Rindtal steht noch ganz am Anfang. Wenn es nach dem Schuherfinden Karl Müller geht, sollen da schon bald jeden Tag Tausende von Schuhen produziert und in die Welt verschickt werden. Für die Angestellten ist die Vision besonders spannend. Und das ist einfach eine wunderbare Situation, dass wir ein ganz neues, innovatives Produkt jetzt wieder in die Schweiz zurückbringen. Und mich freut das im Sonderen, weil ich ein gewissliches Alter schon habe und eine schöne Herausforderung gesehen habe, in dem ich jetzt auch das Werk mit aufbauen darf. Der Kibut, ein Schweizer Produkt, das mehr ist als nur ein gewöhnlicher Schuh. Karl Müller und Markus Bartolet sind sich sicher. Dank der speziellen Sola, der hervorragenden Qualität der Rohstoffe und der guten Verarbeitung, wird der Kibut seinen Träger viel Freude bereiten. Der Name Swiss Made ist natürlich schon eine Verantwortung, die wir auch wahrnehmen wollen. Und wir wollen perfekte, schöne Produkte machen, herstellen, die dem Kunden letztendlich auch die Freude geben, die er verdient hat. Schon bald wird es nicht nur heissen, dass die Schweiz die besten Schocke und die besten Uhren produziert, sondern eben auch die besten Schuhe. Dank der Kombination von Hightech und Manufaktur ist die Schuheindustrie wieder zurück in die Schweiz. Karl Müller geht einmal mehr einen anderen Weg, weder die Massen. Er setzt voll und ganz auf das Wissenes und glaubt an den Produktionsstandort in seinem Heimatland. Vielen Dank. Das war's.